Hallo, mein Name ist Nina Hasselmann, ich spiele beim Münchner Sportclub und bin Teil der Deutschen Damen-Hockey-Nationalmannschaft. Das Projekt Ecke Schuss Gold geht langsam dem Ende hinzu und wir brauchen noch einiges an Geld. Daher müssen wir alle zusammen helfen und noch ein bisschen was eintreiben. Also ich glaube, wir schaffen das. Mit dem Projekt können wir einfach mal zeigen, wie geil unser Hockeysport ist. Und speziell wünsche ich mir von meinem Club, vom Münchner Sportclub, dass wir es schaffen, noch 100 DVDs vorab zu bestellen. Und ich nehme an, das ist für uns doch ein Klacks. Also lasst uns reinhauen und zeigen, dass wir das Münchner Sportclub ein Rieseninteresse daran haben. Und ich glaube, alle anderen Clubs werden dann mitziehen. Auf geht's!